Boah, mir fehlen 2 beiden. 1,5 1,5? Ja. So vorgelevelt. Ja komm, dann killen wir jetzt nur irgendwas schnell, dann sind wir 58. Machen wir noch irgendwie 2-3 Trashgruppen. Zu zweit kriegen wir bestimmt hin. Irgendwo haben wir sicher was stehen lassen, oder? Ich bin mir tatsächlich gar nicht mal mehr so sicher. Irgendwo würde ja jemand rumstehen. Ich vermisse mein Muppet. Nö. Schon mal scheiße. Waren wir doch so sauber? Kann ich noch nicht tun. Wäre ich so swaggy? Ja komm, weißt du was? Ich meinte das jetzt einfach nochmal an. Wir killen so lange bis wir Level ab sind und verpissen uns. Okay. Ach du bist schon raus. Oder wurdest du jetzt mit eingeladen? Hm. Nope. Dann muss ich ja doch raus. Schäm dich, was? Dreckiges Schiff. Ich hätte nämlich gesagt, hätte uns jetzt noch irgendwie ein drittel Level oder so ungefähr, hätte ich gesagt, hätten wir noch einmal Sunken Tempel schnell machen können. Der geht schnell und da gibt's EP. Okay. Also haben Dungeons so an sich, aber... Stopp! Äh! Ich mache diese einzelnen Mana-Tränke, die ich für dich kriege. Eine Farce! Ach so. Ja. Ja cool, ich kann mir meinen Wappenrock des Entdeckers zurückholen. Klein. Bla. Ja komm, 2DDs. Bitches. Ja. Kann man ja schon fast abschied nehmen von meinem geliebten Druinen. Sie hat uns gut gedient. Ich bin übrigens nicht zufrieden mit der Abstufung der Talente. 190. 85. 80. 70. 60. Na gut, wir würden 2 wegfallen. Die müssen auch 2 Talente einführen. Kann man jetzt mal eingeladen werden? Ist mir egal, wozu wann. Ich melde einfach mal für alles an. Das ist egal, was wir kriegen. Ich mache einfach random. Hier komm. Na. Kriegen wir aber nur 1 Gold 80. 10 Mark 50. Und mein Wildleder Portemonnaie. Herzhaft, es gibt nur 1 DD. Was ist da los? Ist hier irgendein High Level Gebiet um die Ecke, wo wir schnell hin... Ach, wir können ja nicht mal fliegen. Ich wollte gerade sagen, wo wir schnell hinfliegen können. Wither spring. Wither spring. Ist ein bisschen weit weg. Das ist was, wir fordern einfach Vol'jin raus. Verprügeln ihn schnell, hauen ihn richtig auf den Sack. Da wird er ein bisschen rumweinen wie ein kleines Mädchen, das er ist. Ich kann auch Rudenstoffverbände machen. Sind zwar schon grün, aber ich habe 140 Rudenstoff. Ich glaube, das kriege ich nur hin. Ich glaube, das kriege ich nur hin. Ich habe da schon eine Idee. Es muss nur noch klappen. Du erinnerst dich an die Maske, die ich zu Silvester bekommen habe? Ja. Ganz simpel. Gut. Ansonsten nenne ich ihn einfach. Hallo Michael. Candyman habe ich ja leider schon. Oh, ich könnte ihn... Wie heißt das von Nord zu Candyman? Nicht Bumblebee, aber so ähnlich. Beetlejuice. Beetlejuice. Was frisst du schon wieder? Hör auf damit. Boah, wir hätten sogar noch... Wir hätten sogar noch zwei Trash-Gruppen gehabt, die hier am Eingang hinter uns. Irgendwie assoziales hängen gehen, aber... Ich kann dich ja nicht vorausleveln lassen. Vor allem, wir haben uns richtig gut ausgeruht. Ich bin kurz... Also, ich bin jetzt... Bei einer der... Letzteren Gruppen... Bin ich lila geworden bei... Bei Erholt quasi. Sag mal... Was... Fallen die denn alle um mit einem Schlag? Was... Was haben wir denn für Leute bei? Okay, Level 61er Jäger. 61. Der hat schon vorgefarmt. Die Sau. Alter Vater, der One-Hit-Titi alle. Kann auch alleine durch. Ähm... Dann fühle ich mich umso weniger schlecht. Kann auch alleine durch... Durch die Indie gehen. Wie? Ich bin jetzt nicht dran. Ich bin jetzt nicht dran. Huuh! Zing! Die Zeit glitzt ja, da war wieder der Echo-Chart. Yeah! Sieh, es hat sich sogar noch mal gelohnt... Hier reinzugehen. Noch ein bisschen Unterhaltung wie die Massen. Panda Mini heißt hier. Vielleicht hätte sie sich auch Fiat Panda nennen können. Oder nur Fiat halt. Jetzt habe ich wieder den Loot-Sound. Hier gibt es auch magieerfüllte Platten. Oh Gott. Hala Crap. Ey, kommt tatsächlich immer die ganze Gruppe. Diese riesen Gruppe. Alter, wieder die alle rapen. Hammerhart. Hammerhart am rapen, der Kollege. Kann uns ja egal sein. Die ist ja gut. Kann uns sogar noch mehr erfreuen. Ich könnte jetzt Azizende nochmal extra schreiben. Nimm mal einer die Pieke mit. Mir ist halt nicht egal, weil der zieht auf Aggro-Visa. Ich habe gerade schon so eine gemeine Idee. Du erlegst gerade hart, ob ich dann noch die Gruppe von unten da hochpulle. Ich mache erstmal die hier. Ich glaube, das reicht schon. Oh, ich bin jetzt aus dem 50. Nach der müsste ich eventuell sein. Hilft mir keiner? Ach du, Aziz. Ah, doch, der Panda-Mini ist da. Okay, ich brauche noch eine Gruppe. Ein Urheuer oder so. Geil, wie sieht denn die aus? Sogar ganz hübsch. Die Metzger-Schürze. Ich bin ein Galopper. Warum bin ich ein Galopper? Weil du ein To-Do bist. Du hast Führung. Okay. Ich glaube, es ist einfach meine Führung, oder? Dafür. Also auch wenn. Vielleicht kriege ich dadurch mein Reiten geschenkt mittlerweile? Schon wieder? Das kenne ich doch irgendwoher. Ja, komm, machen wir den Boss noch. Einfach verpieseln wir uns. Warte, ich verpisse mich sogar mit einem guten Spruch. Erstmal den Kopf wegschmeißen. So, warte. Und lief. Für die Zuschauer, die es nicht gelesen haben, spult nochmal zurück. Oder guckt einfach in den Chat, da steht, dass ich Sorry Funkloch geschrieben habe. Ich spiele nämlich mit einem Surfstick nicht. Habe ich jemals in meinem Leben einen Surfstick benutzt? Ich kann mich auf jeden Fall an einen erinnern, aber habe ich den benutzt, oder gehörte der nur jemanden, den ich kannte, den ich kannte, und er kannte den Kasant des einen? Ich weiß es nicht. Ich muss noch kurz meine Verbände machen und verkaufen gehen. Kannst ja schon mal vorgehen. Und mein Wildleder Portemonnaie. Da kommen wir in einen guten Stoff. Fahrball haben wir auch noch. Kraft und Ehre. Kraft und Ehre. Zug, Zug. Ich habe immer noch mein hübsches Begei über uns auf. Wem das noch nicht aufgefallen ist. Ich warte hier. Meine Schultern finde ich übrigens immer noch hübsch. Ach, das geht doch auch hier. Ja, das war es dann wieder für heute. Wir verabschieden uns von Mufair, dem Brünen mit dem genialsten Haft der Welt. Ich finde den immer so porno... So porno nös. Ja, richtig. Ja, richtig. Beim nächsten Mal sind da ein Todesritter dran. Ich denke mal, Domi schleifen wir da einfach mit, wa? Und danach ist aber wieder der Charmin zurück. Also Domi wird nur kurz ersetzt. Mufair wird komplett ersetzt. Oh Domi, Talanas ist jetzt aber schon vergeben. Brauchst du dir sogar einen Namen für deinen Todesritter. Talanas. Mit 1000 S. Oder nee, Talanas. Der Talanas, ne? Der Talanas, ne? Mit dem Ne hinten dran. Ja. Wie gesagt, wir verabschieden uns von Mufair, die jetzt erstmal Tantra und sowas alles macht. Und Yoga und Meditation. Und dann wird sie zu einer Eule mutieren. Denn sie fühlte sich als Raubvogel, äh Raubvogel, als Raubtier nicht sehr, sehr wohl in ihrer Haut, ne? Und deswegen möchte sie in die Weisheit übergehen und eine Eule sein. Denn die Eule ist ja der Dealer bei Winnie the Pooh. Und damit hat sie gehört, lässt sich gut Kohle machen. Und bevor ich noch mehr Scheiße laber um 0.20 Uhr, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei World of Warcraft, Warlords of Draenor. Wir wollen es ja cool und korrekt machen, ne? Mit dem Todesritter, dessen Name noch aussteht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö. 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 Tschö.